Yo, Freunde, was geht ab, Digga, Mann? Heute haben wir eine sehr, sehr, sehr freshe Fußball-Challenge für euch. Wir haben heute mehrere Gäste am Start. Wir fangen direkt an mit dem Auslaufmodell. Ach, du meinst den Bestseller, du meinst den Bestseller. Das war so wie gesagt, wir fangen an mit der ersten Person. Einen Applaus bitte alle für Mohamed. Unseren Friseur, unseren Star heute, Mesut am Start. Wenn ihr euch fragt, warum wir frische Seiten immer haben und wer die schneidet, das ist der Mann auf jeden Fall, ja, das ist der Mann. Das ist der, der Bruder ist das. Dann haben wir unseren Fußball-Star, die Legende, Raja. Dann haben wir frisch aus Manchester eingeliefert, Batuhan. So, jetzt können wir anfangen mit dem Video. Und Metan. Fünf verschiedene Challenges für euch. Wer die meisten Challenges gewinnt, hat einfach gewonnen. Ich würde sagen, wir fangen mit der ersten an, mit der einfachsten Latten schießen. Um reinzukommen. Jeder hat zwei Schüsse. Raja fängt an. Easy. Mach mal ein bisschen leer, feuer mich mal an, Digga. Woohhhh. Gimmi. Das packst du, das packst du. Packst du, ne. Oh, schade, Bruder. Ich hätte voll gewollt. Egal, Bruder. Er hat versucht, ich auch das versucht. Ich mach die alle platt. Wow. Aha. Oh, das war so knapp, Bruder. Das war so knapp. Das war so knapp, das weißt du genau. Spar dir deinen Wow, Alter. Spar dir deinen Wow. Ja. Hahahaha. Peinlich, Digga. Wallah. Stutzen an, diese Schuhe an. Guck mal, ich möchte die Messen an, Digga. Ey. Als ob wir Sportunterricht machen in der Schule, so sehen wir den. Franzi, jetzt geht's los, Digga, Mann. Hast du verschiedene Schuhe an? Wallah, du hast verschiedene Schuhe an. Was gehört so, Lus? Chill. Die sind so lang. Chillig, hey. Geh mal weg von Kamera. Die müssen doch alle sehen, Digga. Was sehen? Darfst du verschießen? Oh. Oh, er hat mich genommen, Digga. Lasst euch nie was einreden, wisst ihr was ich meine, Digga. Lasst euch nie was einreden, Digga. Lasst euch nie was einreden. Im Endeffekt, Digga. Im Endeffekt, Digga. Ihr wisst alle Bescheid, Digga, wenn er King ist, Digga. Wenn ich jetzt treffe, dann ist nächster Schnitt umsonst. Nächster Schnitt umsonst. Ansage. Genau. Wegen dieser Aussage einen zahlst du doppelt, Digga. Doppelt. Doppelt, doppelt. Ja, zahle ich. Mesut redet nicht viel, Leute. Er ist einfach da und er macht das einfach jetzt hier. Ne, Bruder? Ja, aber wäre cool, wenn du weggehst. Oh. Ja, Digga. Damit erste Runde auf jeden Fall. 1-0 für mich. Jetzt kommt noch der zweite Schuss von ihm. Peinlich. Ich verliere sowieso, Leute. Dann braucht man keine Ansagen zu machen, weißt du? Selbstvertrauen, du? Ja, Bruder. Damit ist Raja wieder raus aus dem Land. Schießen. Er hat schon mal verloren. Die Jungs fertig. Die erste Runde war nur Spaß. Oder Armo ist auch raus. Jetzt kommt unser, der sich eine Stunde vielleicht rausgesucht hat, was er anziehen soll. Er wollte die Latte machen. Aber hat nicht geklappt, Digga. Er wollte nicht Mundtot machen. Das heißt, wenn ich jetzt triff, ist das ganze Ding schon vorbei, Digga. Ist nicht ein Bild, Aibo. Boah, Digga. Ist doch scheißegal. Aber ich kann nicht ansagen, Digga. Ich kann nicht ansagen. Und dann schießt man so, Digga. Nessut, rasier mal jetzt, Digga. Rasier mal der Friseur jetzt, ne? Digga. Hör mal auf mal. Komm, Bruder, bitte. Winkelkreuz. Ja. Wir haben heute wirklich sechs Leute am Start. Aber ändert leider gar nichts. Ich bin trotzdem immer der, der alles gewinnt. Will noch mal einer von den Verlierern was sagen? So, der Einzige mit zwei verschiedenen Schuhen, Digga. Du bist der Einzige, der diesen Drip hat mit den Schuhen. Aber man kann sagen, was man will. Er hat ja gewonnen. Ich kann sagen, was ihr wollt, Digga. Das ist das Ding, weißt du? Weißt du? Damit habe ich eine Krone. Und eine Latte. Die zweite Challenge. Was macht der Zweites? Was sagt ihr? Flanken. Wollt ihr flanken und dann rein, oder was? Ja, im Arsch mach ich die rein, du. Gönnt euch einfach, ja? Ready? Das ist nicht richtig, ja. Schau mal. Bruder, ey. Das ist mehr ewig im Fußballspiel. Wir können sagen, zählt nicht oder was? Wer schon die letzten Challenges gesehen hat, weiß wirklich, ich bin bei Flanken und reinmach wirklich schlecht. Hoffen wir, dass ich heute Glück habe. Zählt leider nicht. Aber nimmst du auf. Jetzt räum mir hier das Feld. Er sagt, nimmst du auf. Ja. Da ist das Ding. Da ist die Scheiße hier. Nach 30 Jahren in diesen Challenges. Bam, 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 Digger. Sonst kommt doch nächstes Mal noch näher ran. Ohhhh. Ich bin nicht so toll, du mach das von näher dran. Mach nächstes Mal. Hier, Tor. Geh hier. 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 Wir scientists. Hier. Hier, Mis Norm High Hier. Alle Bupendinger sind 2. Damit führt Momo in der ersten Runde mit 1-0. Weißt du, was war das, Bruder? Zeig mir mal! Momo ist doch klein, Mann! Sünde, Junge! Spaß, weißt du was, Digga, Sünde, Digga! Er verarscht dich die ganze Zeit, schieß extra hoch, immer! Ja! Der ist gut! Ich klär das jetzt kurz, Digga! Ey, ich fühl, ne? Nein, Momo hat auch getroffen! Ja! Was, ey, du parat! Wie hast du gehalten, Digga? Maschine! Ja, komm! Was war das denn, Lu? Ey, das wird dann so drei, viermal einspielen jetzt! Wiederholen, wie du so machst! Nein, nein, Spaß wieder! So Leute, Rajju und ich haben beide getroffen. Er mit Glück, ich mit Können. Ihr habt mein Tor gesehen, seins war ganz nah dran. Seine Flanke war schon im Tor drinnen! Ja, genau, alles klar. Jedenfalls, Leute, jetzt müssen wir beide noch mal gegeneinander stechen. Er hat den bekommen, Digga! Digga! Nein! Ja! Heiß, Mann! Ja! Halt den zu bekommen, Alter! Welcher Ball, welcher Ball, welcher Ball? Ey, ich glaub, das kann länger dauern. Okay, Leute, Momo hat gewonnen. Hauptsache, irgendwas gewonnen heute. Ey, normalerweise hab ich immer verkackt. All die Jahre. Das bedeutet etwas... Nächste Challenge, Slalom! Einfach da durch die Hütchen durchspielen, so schnell es geht natürlich. Und dann direkten Abschluss und hoffentlich ein Tor machen. Aber ihr wisst ja, als Einziger werde ich wahrscheinlich wieder treffen. Ich weiß, blablabla. Ich wollte extra Gaufrege machen. Das ist zu eng, Digga. Wollah, ist zu eng. Geht das klar, wenn man das so macht? Ja, Lu. Das ist zu eng, Digga. Ich guck mal verrückt, Digga. In Stiftagne. Er will kurz beweisen. Ja, oh ja. Steil, ne! Ach, ich fett's aber richtig, Digga. Schummeln, immer mit Schummeln hier. Ja, er trifft auch nicht mit rechts, er hat es einfach versucht. Ich hab's gedreht. Komm schon mal, du beweisst dich. Halt bitte richtig. Okay, war jetzt auch nicht so was. Gib ihm, Mesut. Geh links rein, links rein. Lass dir Zeit, ja Mesut, lass dir Zeit. Wir haben Zeit. Mach's leider irgendwie anders. Ey, das war sogar knapp, ne? Er kotzt dich früher, dass du da spielst. Erste Runde ist vorbei. Der einzige, der getroffen hat, ist, glaube ich, Batuhan? Ja. Der ist da weggefogen, oder? Der ist richtig dick. Oh, sexy. Jetzt kommt Batuhan. Voll anstrengend, ne? Hey, der war drin. Hey, der ist da drin. Hey, was war denn der Scherf? Mit Art und Sicht hat er das gemacht, Digga. Was hast du damit zu? Ey, warte mal, ich bin. Der Dings hängt mit dem Rasen. Jetzt hat Batuhan einfach gewonnen wegen so einer Scheiße. Ich hab nicht gewonnen. Willkommen zur nächsten Challenge. Freistoß schießen. Ja, geht doch nicht so schlimm. Ja, geht doch nicht so schlimm. Was ist denn passiert? Was ist denn passiert? Was ist denn passiert? Hey, Bruder, ich war nicht. Ich bin bereit. Ich hab Spaß. Boah, du kamst doch nicht. Ich hab das noch auf den Kopf gehabt, Digga. Ja, hör nicht auf die Hater. Guck mal, wie die heulen. Traurig, Digga. Traurig, Digga. Was ist denn? Wo ist denn? Ey, aber fetz nicht mal. Nein, nicht hier. Fetz nicht mal. Fetz nicht. Bisschen nach links. Bisschen nach links. Stopp. Ich seh nix. Was, Bruder? Fetz nicht ab mal. Fetz nicht ab mal. Ey. Fetz einfach hin. Lass den rein, Digga. Für dich sogar, ja? Genau. Ey, was macht ihr alle lang? Fetz gut, Bruder. Was hast du für Schuhe? Für Schuhe, Mann. Für Schuhe. Ey, bisschen rechts. Stopp. Alle zusammen, zusammen, zusammen. Und hoch. Nein. Mann, Digga. Ja, der Scheiß, Digga. Leute, es gibt immer Hater. Schießt durch die Mauer einfach. Wenn ihr verkackt, laden die euch aus. Wenn ihr gewinnt, dann rollen die rum. Und hoch. Ey, ey, bist du bereit? Ich bin bereit, dass die Mauer bereit ist. Seid ihr auch bereit in der Mauer? Nicht, dass ihr sagt, der hat mich gehört. Bist du bereit? Ja. Also du guckst, als hättest du gerade irgendwie keine Ahnung was. Schlaganfall, ich bin noch nicht bereit. Nein. Warte. Aschloch. Das ist das Ding halt, wenn man bereit ist, Digga. Ey, ich kann nicht decken. Alle hoch, nur alle hoch. Nein! Was war das, Mann? Ey, du brauchst du nicht. Du brauchst mich nicht. Du brauchst mich nicht. Du brauchst mich nicht. Ja, das war's. Ja, Digga. Ja, ich schade. Du schade. Du schade, mich schade. Oh, du schade. Mann, du hast zurück gemacht. Warte. Du schade, Mann. Egal, das war's wert. Der Schmerz, wenn ich jetzt. Aber der Sieg bleibt. Oh, Digga. So, Leute, ihr wisst genau, wo es lustig ist. Der Baut natürlich auch diese Challenge gewonnen. So, liebe Leute, jetzt kommen wir zur letzten Challenge. Ja, du hast schon zweimal gewonnen, ne? Ja, schon zwei. Natürlich. Wir haben jetzt fünf Bälle, ihr liebe Friends. Ich hab fünf Schüsse. Ich hau die auch direkt nacheinander. Yallah, gib ihn. Ja! Was soll ich machen, Digga? Alles gut, Bruder. Tor hast du gut. Nee, damit kannst du nichts, Bruder. Das sind die Schüsse. Ey, ich dachte, tack, tack, tack. Ach so, ach so. Was machst du denn? Die redet eine Stunde. Ich hab doch gefragt, Mesut, was soll das denn? Dann frag die noch nicht. Komm, mach jetzt und dann direkt den nächsten. Ja! 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 Ich will kein Tor machen! Ich auch nicht, Bruder! Letzter! Nein! Oh! 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 Digga, er fetzt ja richtig! Oh! Oh! Nein! No Front an dich! Der eine war echt krank. No Front an Mesut, aber Mesut war bei dir im Turn, er war nicht der allerbeste. Mach mal Hettung, Hettung, Wunder. Ava! Ganz hoch, ganz hoch, ganz umstrecken. Eivon! 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 Störling, Ingvads, Ingvads! Oooo! Nice verkackt oder? Oooo! Eivon! Hey, der kommt Tick-Dock, der kommt auf Tick-Dock! Ja! Ha ha ha! Komm, schieß, zack, zack, zack. Guck, genau so was passiert, wenn man zack, zack, zack schießt. Oh, ausgeguckt, ausgeguckt! Ohhhh! Hallo, was soll das jetzt werden? Als Gastlo? Ja, man hat mal Herzen, man muss gucken zu. Heben auf, man! Wir behandeln unsere Gäste mit Heftige. Bruder, willst du echt machen? Die Leute werden schreien peinlich. Er ist so alt, braucht so Vorlagen und so. Raja labert immer nur Scheiß machen. Mach, 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 mach. Du musst für dich wissen, wie du bei deinen Leuten nachstehst, Bruder. Flamiert euch, aber egal. Guck mal, was ich jetzt mache. Ohhhh! Was ist das? Ausgeguckt! Da war nicht so ein neuer Friseur, warte ab. Ohhhh! Drei von zwei drinne. Ohhhh, ausgeguckt! Drei von drei. Vier, vier, Bruder, vier Stück hab ich dir reingezimmert. Vier von vier. Hey! Das war's auf jeden Fall mit dem Video. Danke nochmal, Mesud. Hat Spaß gemacht? Hat dir auch Spaß gemacht? Auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Hast du nächste Woche Zeit, Dienstag? Gerne. Auf jeden Fall. Viele fragen immer Leute, wo schneidet eure Haare, wo sind die Haare immer so fresh? Leute, einfach zu Coast Barber in der Eggerstädtstraße 11. Eggerstädtstraße 11. Eggerstädtstraße 11. Kommt vorbei. Einfach nach Mesuds Fragen und er macht euch einen Clean Cut. Wollen wir mal ganz kurz sagen, wer die ganze Scheiße gewonnen hat? Momo hat gewonnen. Ein Applaus für Momo. Das war's mit dem Video. Wenn's euch gefallen hat, lasst ein Like da. Vergesst nicht zu abonnieren. Und schreibt unten in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt. Die will... Sind die in die Pose. Fartiger. Fartiger.